Du schlacht, mein Junge. Es geht los. Was hast du denn vor? Ich werde mein Versprechen einhalten gegenüber einem König der Landstraße. Was? Hast du das vergessen? Wait, der Cracker. Der fette Kerl, der an seinem Steak gestorben ist. Ach ja. Irgendwie werden wir diese Barriere überwinden. Der alte Blickkasten wird schon einen Weg finden. Ich möchte, das kann ich nicht zulassen, bitte. Das Musik ist um mein Leben. Geht ja nicht, Red, sondern vor Ort. Jetzt zieh ich mich vor. Dad, du musst was tun. Kann dir nichts besser sein. Dieser Mann ist ein echter Steak und ein armener Schlagschiff, Kapitän. Das muss man ja nicht. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe nachgedacht, Freunde. Vielleicht sollten wir unsere blöden Hightech-Kästen wegwerfen und wieder fahren wie unsere alten Daddys früher. Wettrunken? Nein, das habe ich ernst gemeint. Indem wir unsere Hände benutzen und unseren Verstattungsgelust. Das ist halt der Arme, denn du bist oft einsam, aber wir haben nichts zu hören. Das sagt ihr dazu. Dann müssen wir uns da und mit Hütterei einfallen lassen. Alkoholsputel, ich habe einen Tanklaster, wir nehmen die kleinen Flaschen. Ich bin dabei. Das heißt, das ist halt der Arme von Tippen in der Stimme schocken. Hey, das sagt mir in der Um- oder-Ofen-Sack-Patient. Bestimmt vielen Dank. 10-4, mein toter Freund. Oh, das hier ist Red-Magnis-Lieferung. Auf die Minute, pünktlich wie eben. Okay, sehen wir mal nach. Auf den Schocken. Und, mein Arbeiter, sieht gut aus. Eine Frage, wo ist denn der Red? Als ich hier zuletzt gesehen habe, hat man ihn in eine große Bastik-Tüte gepackt. Ja, das ist wieder mein typisch Red. Ja, mein Arbeiter, das wird die Psych-Tüte gepackt.